schönen guten abend hallo in die runde willkommen zu einer weiteren folge empire und puzzles anfänger guide es ist das event legenden da taverne legenden und aktion sechard wobei wenn ich sage aktion ist mir eigentlich mal aufgefallen dass hier die vorgestellten helden wie sonst nicht mehr prozente haben sondern dass es insgesamt bei lediglich 1,3 prozent ist und bleibt und sechard jetzt nur in dem pool wohl neu hinzugekommen ist ich möchte heute abend parallel mit euch mal so weit spielen wie ich komme muss allerdings fairerweise zugeben dass ich ein bisschen vorgespielt habe und und da dann gleich mal mit euch ein paar videos anschauen werde nur von den ersten also nichts schlimmes alles was man was auch definitiv jeder schafft und das ganze ohne probleme interessant dabei ist einfach nur dass ich ungelevelte und genommen habe und level 1 und zwei charaktere benutzt habe ungelevelte wohlgemerkt weil ich mir gedacht habe ach wozu der aufwand ich einmal die schmiede hoch die geht jetzt auf 19 hier geht mein wird mein nächstes lager fertig das lager wenn das fertig ist mache ich da drüben noch das letzte auf 19 das müsste dann reichen für festung 21 wann auch immer ich die machen möchte ich habe mir gedacht ich werde einmal meine rucksäcke die ich habe die 350 jetzt komplett auf null spielen und danach setze ich mein ausbildungslager fort ich möchte einmal starten mit diesem krassen loot ich habe in mystische vision zehn diamanten bekommen also ich hatte bis dahin erst fünf war glaube ich das höchste aber zehn war so richtig hammer da ich mich auch richtig gefreut also das sonst posten man ja immer nur ach wenn schlecht läuft ne aber das war wirklich super das will ich auch keinem vorenthalten könnt ihr mal schreiben was euer höchster loot raus war hier ist einmal die grafik für diesen monat und die füge ich danach auch mit zeitstempel wieder ein hier sieht man wie viele erfahrungspunkte es gibt wie viele wellen da sind was es bringt und ganz wichtig wie viele lebenspunkte die monster haben aber noch wichtiger wie viel die boss monster haben in meinem letzten video im letzten monat zur taverne der legenden haben wir festgestellt dass ich auf stage 5 rausgefallen bin weil ich fünf leider nicht mehr geschafft habe wenn man sich das genau anguckt 3495 das ist mehr als machbar allein weil ich ja feile äxte und diese feuerbälle drin habe und die fünf pfeile machen 500 schaden die fünf äxte machen 1000 schaden und die fünf feuerbälle machen 1500 schaden macht nach adam riese 2500 schaden nur mit den items die man einfach mal raushauen kann habe ich gerade verrechnet ja ich habe mich verrechnet was habe ich gerade gesagt 1500 2500 3000 schaden mache ich 3000 schaden hätte ich mir aufschreiben sollen bevor ich mich jetzt hier der vollkommenen lächerlichkeit preisgebe ist egal das heißt bis level 6 sollten wir diesmal kommen ich habe auch ohne zu viel zu spoilern gehen wir einfach mal hier rein das ist das was ich gewählt habe alles ungelevelte zwei dreier dachte ich mal probiert man mal aus vorweg genommen hätte ich mir sparen können die dreier zu nehmen die items regeln das das wird man sehen ich hätte mir überhaupt keine gedanken machen müssen hier ich habe nicht mal ein heiler dabei ich habe sogar mana trinke dabei wie ich sonst eigentlich niemals nutzen würde ihr seht schon worauf das hier hinausläuft erste stufe mein tipp ungelevelte zweier helden items und fertig das ist absolut ausreichend die gegner auf der grafik sieht man die haben kaum lebenspunkte die halten hier nicht mal mehr seht ihr ja gerade ein bisschen mehr haben lebenspunkt als normale attacke haben sie das ist schon krass also da passiert nichts hier seht ihr ne sechert bekommt er den mana debuff den alle aus dem schwarzwald wollte ich schon sagen aus dem märchenwald event haben so dass wenn das mana aufgefüllt wird sechert schaden bekommt da helfe ich jedoch auch schnell dass das mana aufgefüllt wird damit das mana schön zurückgesetzt wird und sie sich schön schaden macht da kommen dann noch mal die specials drauf und dann war es das auch schon ihr seht die specials machen nicht so viel schaden deswegen habe ich gleich entschieden die waffen einzunehmen weil ich dann einfach gedacht habe kommt bevor es knapp wird macht man das ich habe irgendwann die geduld verloren aber ich hätte auch einfach weiter runter spielen können hier seht ihr selbst wenn sie trifft da ist nicht viel los wo ich dachte ich hätte die waffen genommen dann war das das zweite video gut also level 1 ungelevelte und notfalls mit waffen gewalt einsteigen video also stage nummer zwei jetzt weiß ich definitiv dass ich items eingesetzt habe eigentlich wollte ich hier mindestens ein oder zwei schatten helden mitnehmen das problem ist ich hatte keine schatten helden mehr die habe ich vorher alle verfüttert gehabt deswegen habe ich auch eben nur grün verfüttert für den fall dass ich noch mal was brauche an ungelevelten futterhelden hierfür kann man das noch mal nehmen wobei ab stufe drei glaube ich wird es langsam zeit dass man ungelevelte drei vierer oder gelevelte dreier nimmt ich habe so ein team wo ich sage damit würde ich gerne stufe sechs angehen und stufe sechs würde ich dieses mal gerne schaffen das habe ich mir fest vorgenommen hier sieht man war es ein fehler hätte ich einfach mal verschiedene farben mitnehmen sollen von den kleinen tränken habe ich um die 4000 stück deswegen habe ich mir entschlossen die einzupacken damit die mal weg kommen ich habe die immer gebaut wenn ich zu viel nahrung hatte und die nahrung nicht verschwinden wollte weil ich es versäumt habe meine kaserne hochzuziehen weil ich einfach finde solange ich keine vierer truppen habe macht das keinen sinn meine futter helden oder meine futtertruppen besser gesagt in zweier und dreier truppen zu stecken ja für turniere kann man die dreier truppen nehmen aber ansonsten nur dafür finde ich ist es verschwendetes material deswegen warte ich einfach ab und wird aber nicht mehr lange dauern ich habe nämlich mit der letzten münze aus dem rekruten channel habe ich eine lila mana truppe gezogen da habe ich mich richtig gefreut und die wird auch bald gelevelt hier seht ihr kunchen oder ups nein jetzt muss ich mal vorspulen das war dumm von mir der hält ein bisschen mehr aus das ist mir dann auch aufgefallen nachdem ich festgestellt habe dass die specials der ungelevelten einser oder zweier was das ist kaum schaden machen habe ich mich zur brutalen variante entschieden und habe ihn einfach mit den items weggekloppt ich habe nicht ausgetestet was passiert ob ich es normal hätte schaffen können nachdem er den ersten umgehauen hat habe ich mir gesagt kommt ist egal lieber kein risiko eingehen der verlust wäre eigentlich nicht hoch gewesen sind ja nur billig helden die man nutzen kann aber egal kein match und dann nutze ich gleich den nochmal glaube ich den feuerball weil es mir dann doch zu riskant wird dann gehen wir doch mal direkt ins event rein etappe drei blau und rot und 2800 blau und rot blau und rot also ich muss ja nur bis in die letzte stufe kommen weil danach sollte das alles geregelt werden dann wenn es blau und rot ist nämlich kommt noch eine tellurier mit probieren was mit ungelevelten vier sterne hellen beziehungsweise tellurier angelevelt fünf wenn ich kann ich immer noch wechseln und im zweifel items gehen was an mir ist bewusst dass ich konterfarben durchaus hätte nehmen sollen und das andere farben besser wären insbesondere weil ich am ende ja gesagt habe ich hause eh mit specials weg aber ich möchte mir meine dreier die vielleicht besser geeignet werden eigentlich aufheben weil ich nicht weiß wie weit ich jetzt komme und in dem fall aber er sieht ja auch ganz gut aus aktuell also keine gefahr mal gucken wenn ich telly nochmal dazu kriege dann macht die das hier wahrscheinlich alleine das war dumm da ich auch feile ohne ende habe wenn die auch einfach genutzt und dann haben wir einfach hier alles drauf was ist und ich bin gerade überrascht das sollte eigentlich passieren wieso sind die noch nicht dauernd haben wir etwa verrechnet ich war doch beim letzten mal habe ich die doch so weg gehauen na gut der fällt jetzt trotzdem und frieda sollte jetzt auch bald fallen spätestens jetzt na vielleicht fällt sie doch nicht gleich aber dann jetzt aber jetzt okay vielleicht sollten wir jetzt auf stufe vier langsam mal ein bisschen was reinnehmen was gelevelt ist rot und lila wären die endgegner rot und lila und eigentlich habe keine feuerwelle mehr oh nein und ich habe gerade die schmiede hochgezogen ich idiot rot das ist nicht gut gewesen das ist nicht gut gewesen packen wir schildkrötenwanne ein was habe ich gerade gesagt rot und lila das ist nicht gut und genau und 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 ich bin mir nicht sicher ob das klappt eigentlich glaube ich eher nicht aber wir probieren es mal oh das könnte sein dass das gleich bestraft wird ja das wurde bestraft was das ist doch das ist doch was das ist doch Oh, das war blöd, da habe ich den Diamanten verpasst. Oh, jetzt häufen sich die Fehler. Der Brennschein reicht nicht aus. Das macht weniger schaden. Das macht weniger schaden. Vielleicht war das ein Fehler. Vielleicht war das ein Riesenfehler. Ich fürchte, das Rennen wir jetzt auslöst und dann wird es jetzt richtig eng für mich. Das macht weniger schaden. Oh, das war nicht gut. Ja, es ist verloren. Nein, das lohnt nicht. Das mache ich nicht. Das ist Stage 4. Nehmen wir jetzt einfach komplett Dreier rein. Feierabend, was soll das denn? Komm, nehmen wir noch Satana rein und Feierabend. Das sollte jetzt sowas von klappen. Na gut, zu einfach angegangen, ne? Man darf es halt nicht unterschätzen. Also, Memo fürs nächste Mal die ersten beiden Kammern machen. Stufe 3 nicht mehr. Da sollte man schon ein bisschen was bringen. Ja, habe ich ja was gelernt. Ja, habe ich ja was gelernt. Ja. Vielen Dank. Jetzt ist es eigentlich zu faul, ein bisschen hier zu spielen. Hauen wir mal ein paar Linien weg, dass hier mal farbmäßig irgendwas Gutes nachkommen kann. Irgendwie ist es ganz viel, da kommen jetzt ein bisschen was nach, das ist schon mal gut. Ui, da fällt mir was ein, was ich eben gemacht habe. Okay. Okay. Das ist hoffentlich nicht zu spät, sehr gut. Oh, da hätte ich jetzt gedacht, dass das schon ausgereicht hat. Äh, ja, egal, komm, wir lösen einfach die Steine aus, da wird schon genügend Bewegung an Bord sein, dass das dann hier zu Ende geht. Bisschen Kamikaze spielen. Oh. Ja, gut, vorbei. So, Stufe 5. Wir haben noch meine ganzen guten Helden und ich wollte Stufe 6 schaffen. Stufe 5. Oh, da haben wir hinten drei, zwei Heiler. Gelb, blau und unterwegs bräuchte ich eigentlich lila. Ich fürchte, Kirill ist ein bisschen zu schlaff an Heiler. Ja, als Heiler aber, einerseits, ich habe noch eins, zwei, drei, vier ausgebildete Heiler. Ja, da brauche ich ihn eigentlich nicht, dann nehmen wir doch mal was Richtiges rein. Und dann nehmen wir, also ich brauche auf jeden Fall Sonja, nehme ich mit rein. Ja, jetzt ist die Frage, habe ich einen Heiler, ne? Also Rigat, Proteus, Heimdall, Hänsel und Jabberwock würde ich gerne am Ende mitnehmen. Die sollen mein Finale sein. Dann nehme ich jetzt, ne, den Wichterfäcken nehme ich nicht. Ich nehme Colin mit und ich nehme, ja, ich brauche einen Heiler. Ja. Komm, Stumpfang und Okong. Oder nehmen wir noch Fleischfeier, noch Fleischheiler mit. Wir nehmen quasi noch als Fleischheiler mit. Oh, da habe ich mich jetzt aber gerade verguckt und mein eigenes, äh, das sollte gerade anders laufen. Da habe ich mich aber gerade total verguckt. Oh, jetzt wird das aber hier echt blöde. Gelb-Blau-Lila. Ja, mit Bewegung ins Bord rein. Okay. Und Fangin. Drei. 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 Hätte ich ihm gerade anders machen müssen. Oh, das ist natürlich das erste Mal, dass ich sowas live mache und da kann ich gleich sagen, das mache ich sehr wahrscheinlich nicht wieder, weil es echt peinlich ist. Ich komme mir gerade vor wie der letzte Kacknap. Das bin ich zwar auch, ich bin Anfänger, aber wenn ich es mache, merke ich gerade, dass ich total unkonzentriert bin. Ich meine, das wird hier klappen ohne Probleme. Dafür ist die Kombination an Helden schon gut, was ich gewählt habe. Ist wahrscheinlich auch zu viel, aber wir werden es gleich mal sehen, was dann am Ende bei rauskommt. Das habe ich gerade gemacht, damit ich wieder Mana sammeln kann. Ich finde nicht schlimmer, als wenn man die ganze Zeit Mana unnötig vergeudet, weil man es nicht nutzen kann. eigentlich ist es zwar nicht vergeudet, aber eigentlich erledigen die Bienen auch gerade den Hauptjob, wenn man mal ganz ehrlich ist. Ich meine, die Gegner haben aktuell 800 Lebenspunkte und da kommen ungefähr so 70, 80 Schaden drauf. Und wenn es was ist, dann ist es Zeit, ne? So, und jetzt kommt der interessante Teil. Ich hätte vorher ein bisschen was aufs Board bringen sollen. Da fällt mir ein, das war gar nicht mal so schlimm, dass ich den Bienenmann mitgenommen habe. Der verändert nämlich dann die Replikatoren bei Sichert. Ja, sehr schön, das war es doch schon für Sichert. Hätte ich nicht gedacht, dass das jetzt doch so einfach geht. Um ehrlich zu sein, hatte ich gerade am Anfang, als es hier losging und da kaum Bewegung drin war, ein bisschen mehr mit Gegenwehr gerechnet. Die haben auch kaum Mana dazu bekommen. Also hätte ich jetzt nicht gedacht. So, Etappe 6. Für Etappe 6 würde ich sagen, hebe ich mir für das zweite Video auf. Ich bin jetzt schon ziemlich lange dabei. In diesem Sinne bedanke ich mich und wünsche euch noch einen schönen Abend. Macht's gut. Tschüss. 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 Vielen Dank.